Musik Hallo, Volker Schiebel hier. Ich begrüße Sie zu meinem kurzen Video zum Thema Sommer Giveaway. Ja, soeben kam die Meldung raus, dass es jetzt extra Bonuspunkte gibt und zwar 2000 Werbepunkte an der Zahl. Ganz kurz erklärt, wie das geht. Sie gehen einfach in Ihren Account, locken sich also auf der Plattform ein, scrollen wie immer ganz nah unten, gehen auf Nein, Danke, nicht interessiert und hier haben Sie einen Button, der nennt sich Promo Codes. Da gehen Sie drauf, tragen Ihren Promo Code ein, in dem Fall im Moment SWP2000, gehen auf Einlösen und schon kommt die Ansicht, dass der Promo Code eingelöst wurde und Sie 2000 Punkte extra erhalten haben. Was Sie damit machen können, ist ganz einfach. Sie können jetzt weitere Geschenke einstellen. Sie können Ihre Geschenke mit Punkten beleben, sodass Sie in der Statistik weiter nach oben wandern. Sie können aber auch eben andere Werbemaßnahmen damit betreiben, Banner hinzufügen und so weiter. Beschäftigen Sie sich idealerweise damit und nutzen Sie die Punktzahl wirklich auch voll aus, damit Sie maximal vom Server Giveaway profitieren. Okay, das war's schon für jetzt. Bis dann, bis zum nächsten Mal, Ihr Volker Schiebel.